Am Ende des ersten Jahrtausends, nach der Vereinigung des schönen Bretonnia, in dem Jahr, das die Menschen des Imperiums als 1974 zählen, wurden die Küstengegenden der alten Welt und weit darüber hinaus von einem grausamen Sohn Nagarotz verwüstet, dem Bestienmeister Novensrakkart. Wie viele tausend von seiner monströsen Heerschare erschlagen wurden, steht nicht geschrieben, denn nur wenige, die Zeuge seiner Angriffe wurden, überlebten, um davon zu berichten. Hafen um Hafen, Stadt um Stadt, wurden unter den Krallen bewährten Füßen der widerlichen Abscheulichkeiten vernichtet, die der Bestienmeister in die Schlacht trieb. Jene, die nicht von seinen Kriegshüteren und schwarzen Drachen verschlungen wurden, wurden versklavt und schreiend zurück ins Land der Kälte gezehrt. Rackhards Zeitalter der Zerstörung erreichte seinen Höhepunkt in einem beispiellosen Angriff auf das schöne Land Bretonnia, geliebt von der Herrin und von den tapfersten Herzen verteidigt. Hört die Geschichte der Stadt Brion, die dem Herzog Corentin teuer war. Die Stadt Brion schlief unruhig unter einem Nachthimmel, in dem ein geisterhaftes Leuchten wallte. In Nächten wie diesen, so warnten die Töchter des Graals, heulten die Wüsten weit im Norden von Bretonnia von der rohen Macht verbotener Zaubereien. Die Lichter bedeuteten, so sagten sie, dass Mörder unterwegs waren, Menschen und andere finsterere Kreaturen, die auf der Suche nach Gemetzel umherstrichen. Das Volk von Brion wußte, dass man den Blick nicht zu den brodelnden Energien hob oder das Funkeln der Augen erwiderte, die aus den aktinischen Tiefen zu ihnen herabstarrten. Sie wußten von den Geschichten, die man ihnen als Kind erzählt hatte, dass man den Lügen keine Beachtung schenken durfte, die von den unwirklichen Lippen ausgesprochen wurden, die sich in den wabernden, funkelnden Wolken aus Elmsfeuer bildeten. Viel besser war es, das wusste das Volk von Brion, die Tür des Schlafgemachs zu verschließen, die Fensterläden zuzumachen und unter den Bettlaken jeglichen sterblichen Trost zu suchen, den man finden konnte. Und das Volk tat gut daran, denn niemand konnte mit Sicherheit wissen, ob die Welt noch da sein würde, wenn die Morgendämmerung kam. Ein Mann jedoch weigerte sich, ins Bett zu gehen. Corentin, der neben anderen Titeln auch als der Paladin von Maelis, der Marker der Silberebene, Champion von Gaels Tugend und Herzog von Brion gefeiert wurde, weigerte sich, von etwas eingeschüchtert zu sein, das für ihn wenig mehr als ein ungewöhnlicher Sturm war. Während draußen vor seinen Burgmauern noch violettfarbenes Leuchten flackerte und pulsierte, schritt Corentin durch die staubigen, von Kerzen beleuchteten Korridore, weit nach der Stunde, wo noch irgendein Diener oder Höfling zugegen war, um ihn zu bedienen. Nur bekleidet mit seiner Hose und seinem Schwertgürtel näherte sich Corentin dem Allerheiligsten seiner Burg, dem Gralsschrein tief in ihrem Herzen. Er hielt an, um die Festigkeit der jahrhunderalterten Eichentüren zu bewundern, legte dann eine Hand auf jede Klinke, senkte den Kopf und trat ein. Der Schrein war von goldenem Licht erfüllt, welcher von den filigranen Laternen verbreitet wurde, die man seit der Gründung der Stadt Brion nie hatte ausgehen lassen. In dem Laternenlicht sah Corentin die vertrauten Szenerien, die auf allen Oberflächen in den Stein gemeißelt waren. Miniaturarchitekturen, die unmöglich in ihrer echten Größe zu realisieren waren, erhoben sich über ihm und bevölkerten den Schrein mit fantastisch verschachtelten Himmelspalästen. Gruftladen säumten die Wände, auf ihnen die Steinnachbildungen längst verstorbener Ritter in heiliger Haltung, von denen jeder Einzelne ein Verwandter des Herzogs gewesen war. Corentin blieb vor dem Altar stehen, auf dem ein goldener Kelch abgestellt war, dessen Seiten mit dunklen, funkelnden Rubinen besetzt waren. Das Gefäß glomm in einem Licht, das nichts mit den Laternen zu tun hatte, die sich überall befanden, denn es leuchtete aus dem Metall dieses heiligen Reliktes aus lang vergangenen Zeiten. Selbst nach so vielen Jahren des Dienstes an Bretonnia fühlte Herzog Corentin sich demütig vor dem Symbol all dessen, wofür er und seine Rittergefährten gekämpft hatten. Es war natürlich nicht der Graal, sondern ein Graal, einer von vielen heiligen Verkörperungen des Landes und des Volkes, das innerhalb seiner Grenzen lebte. Der Herzog zog sein glänzendes Schwert und ächzte, als er vor dem Altar auf ein Knie ging, das Schwert vor ihm mit der Spitze nach unten gestützt. Er war ein kräftig gebauter Mann, aber er war alles andere als jung. In seiner Jugend war er geschmeidig und beweglich gewesen, in seiner Reife so solide wie ein Ochse. Jetzt wurden seine Muskeln weicher, und seine ehemalige Lebenskraft ließ ihn jeden Tag ein wenig mehr im Stich. Dennoch weigerte er sich, sich zu verkriechen wie unbedeutendere Männer, egal welche Mächte in dieser seltsamen Nacht umherstrichen. Als er endlich unten war und sein gutes Knie hart gegen die kalte Steinplatte des Kapellenbudens drückte, hob Korentin seinen Blick zum Graal. Wie viele Male hatte er das getan? fragte er sich. Wie viele Schlachten hatte er damit begonnen, die Herren des Sees um einen Sieg zu ersuchen? Dutzende, grübelte er, eine große Menge, vielleicht Hunderte. Wenn Korentin ehrlich war, dann hatten die Schlachten, die er geschlagen hatte, angefangen, sich miteinander zu vermischen, als ob sein ganzes Leben nur ein einziger, blutiger Krieg gegen die unzähligen Feinde Bretonias gewesen wäre. Er fand, dass es das wohl gewesen war, aber er wusste, dass es bald ein Ende nehmen musste. Noch nicht, sagte Korentin, seine Stimme leise und barsch und in der Heiligkeit des Graalsschreins fast viel am Platz. Die Laternen warfen tanzendes Licht über die verschachtelten Architekturen und das Steinbildnis einer seiner Vorfahren schien sich beinahe zu bewegen, als Helligkeit und Schatten sich über seine Oberfläche bewegten. Lass den Ruhm des Dienstes noch nicht vorbei sein! Die Laternen flackerten erneut und der Herzog fühlte, wie sich die Luft um ihn herum bewegte. Es war, als hätte ein Windstoß aus der kühlen Nacht einen Weg durch die gewundenen Korridore und die schweren Holztüren gefunden, hinein in den allerheiligsten Ort im Herzen seiner Burg. Eine schwerlastende Vorahnung legte sich auf Korentins Herz. Der Herzog fürchtete keinen Feind, weder Mensch noch Tier oder Abscheulichkeit, denn er hatte ihnen allen in der Schlacht gegenüber gestanden und sie mit der gleichen Verachtung niedergestreckt. Vielmehr spürte er Grauen bei der Vorstellung, dass er bald durch das Fortschreiten der Jahre gezwungen sein würde, seine Lanze ein für allemal beiseite zu legen und sich der Gebrechlichkeit und Altersschwäche zu ergeben. Zorn stieg in ihm auf, als dieser Gedanke Fuß fasste und er biss trotzig die Zähne zusammen. »Nein!«, knurrte er, seine Stimme zu laut für seine Umgebung. »Ich fliehe euch an!« Das Licht auf dem Altar wurde heller und durch tränenfeuchte Augen sah Herzog Korentin in sprachloser Ehrfurcht zu, wie der Graal zu einem reinen weißen Licht aufflammte. Glaube und Bewunderung schwellten in seiner Brust, denn er wusste, dass die Herrin seine Worte erhört hatte und sie auf irgendeine Weise jetzt hier bei ihm war, in der Kapelle. In dem Wissen, dass die Herrin des Sees ihn hören würde, sprach Herzog Korentin das geheimste Verlangen seines Herzens aus. »Herrin!«, flehte er, als sein Kopf sich mit Bildern aus vergangenen Schlachten füllte. »Gewährt mir einen letzten ruhmreichen Augenblick, einen letzten Feind, den ich in eurem Namen verbanne, eine letzte Schlacht, die ich schlagen kann, bevor die Nacht heranzieht und mich einfordert.« Die Laternen flackerten erneut und die Kapelle wurde kühl. Die Kälte sickerte durch die Steine und den Korentinskörper. »Gewährt mir einen Feind, dem ich gegenübertreten kann,« bat er, während der Lärm der Schlacht leise über das prasselnde Kerzen hörbar war, die in den Laternen brannten. Als er seine Augen zusammenkniff und seinen Kopf in unterwürfiger Anpflegung zur Herrin beugte, spürte Herzog Korentin, wie sich die Luft in seinem Rücken bewegte und wusste ohne Zweifel, dass jemand anderes den Schrein betreten hatte. Ein Geruch trat ihm in die Nase, eine ergiebige und intensive Mischung aus einem berauschenden Parfüm und unberührter Haut. »Mein Herr«, ertönte eine süße und gefühlvolle Stimme hinter ihm. »Er bittet das nicht.« Ein zornes Stich flammte im Herzen des Herzogs auf, aber er wurde von der Präsenz in seinem Rücken gedämpft. Korentin hob seinen Kopf und öffnete die Augen, wandte sein Gesicht sofort von dem flammenden weißen Licht ab, das von dem Altar strömte. »Wer«, stammelte er, und wagte kaum davon zu träumen in der Gegenwart von »Ich bin nicht Sie, mein Herr«, sagte die Stimme, und Korentin erkannte einen vertrauten Akzent, wenn er auch auf fremdartige Weise melodisch klang. »Bitte«, beharrte sie, »wendet euch mir zu, mein Herr«. Der Herzog tat, worum er gebeten wurde, und er hob sich auf Beine, die von mehr als nur Alter unsicher gemacht wurden. Vor ihm stand eine Frau oder ein Mädchen, er konnte es nicht genau sagen, denn ihre Gesichtszüge waren wahrlich alterslos. Darüber hinaus war es unmöglich, ihr Gesicht vollständig zu erfassen, als ob man seine Einzelheiten nur Sekunden, nachdem man wegschaute, vergaß. Und so wagte er es nicht zu riskieren, dies zu tun. Er erkannte sie als eine Maid, eine Tochter des Graals, eine der gesegneten Zofen der Herren des Sees, und demnach eine Prophetin, Wunderwirkerin und Heilige ohnegleichen. Für das Volk Bretonias waren solche Frauen, denn kein Mann war je zurückgekehrt, nachdem er in den Dienst der Herren gerufen worden war, nur einen Schritt von ihrer Schutzgöttin entfernt, und ihre Worte waren die der Herren selbst. Wer dann, stammelte der Herzog, unfähig zu verstehen, wie diese Fremde in den Schrein im Herzen seiner Burg getreten war. Wer seid? Ich komme als Antwort auf euer Gebet, sagte die Maid, und bewegte sich auf den Altar zu. Während sie ging, hauchte das gegürtelte weiße Hemdkleid, das alles war, was sie trug, wie hauchdünner Nebel hinter ihr her, der sich in der Morgensonne verflüchtigte. Er wandte den Blick ab, als ihre sanfte Gestalt sich durch den Stoff hindurch abzeichnete, der von dem silbernen Leuchten durchsichtig gemacht wurde. Beim Altar drehte sie sich um und schaute auf ihn zurück. Doch der Blick, der aus ihren alterslosen Augen leuchtete, passte schlecht zu der Sanftheit ihres Körpers. Plötzlich waren diese Augen unergründlich und entsetzlich, blickten Herzog Korentin an wie ein Gott, der über eine sterbliche Seele zu Gericht sitzt. Ihr würdet mein Gebet beantworten, sagte er, kaum in der Lage zu glauben, dass es stimmte. Ihr würdet mir ein letztes Mal Ruhm gewähren, bevor ich sterbe. Die Maid antwortete nicht sofort, sondern drehte ihr Gesicht zu dem leuchtenden Graal. Ihr langes, dunkles Haar bewegte sich wie in einer sanften Brise. Ihre Augen ruten ohne zu blinzeln auf dem leuchtenden Graal, bevor sie sich wieder umdrehte und den Herzog anschaute. Ich komme nicht, um euch das Verlangen eures Herzens zu gewähren, stellte sie fest. Aber ich möchte euch vor den Konsequenzen von dem warnen, nachdem es euch so sehr verlangt. Konsequenzen, meine Dame, antwortete der Herzog. Ich schere mich nicht um Konsequenzen. Ich habe jeden Gegner bekämpft, den diese grausame Welt mir vorgesetzt hat, fuhr er fort. Ich habe sie alle besiegt. Welche Warnung habt ihr für mich? Der Anflug eines Lächelns umspielte die feinen Lippen der Maid und sie schaute den stolzen Herzog an, als wäre er irgendein überheblicher, unreifer Junge, der damit angab, welchen Ruhm er auf dem Schlachtfeld erringen würde. Ihre Augen wurden sanfter und innerhalb eines Augenblicks war die entsetzliche Macht, die aus ihnen geleuchtet hatte, fort. Ersetzt von sterblicher und sehr menschlicher Trauer. Ich kann euch keinen Rat geben, mein Herr, sagte sie, denn die Herrin weiß, dass ihr, mehr als alle anderen, in Fragen des Krieges und der Staatsführung wahrlich weise seid. Doch ein Mann wäre noch weiser, wenn er wüsste, was er nicht erbitten sollte. Frustriert antwortete der Herzog. Verspottet mich nicht, meine Dame, denn ich bin kein Freund von Rätseln, wie jene, die mit den Feen umgehen. Werde ich haben, was ich so sehr begehre? Die Mai seufzte und antwortete, wollt ihr euer Gebet beantwortet haben, selbst wenn es euren Untergang bedeutet? Das will ich. Dann soll es euch gewährt sein. Ihr werdet das haben, was ihr am meisten begehrt. In dieser Nacht träumte Herzog Korinthin Träume, die sich kein Mensch vorstellen konnte. Er durchlebte erneut jede Schlacht, in der er in seinem Leben des Krieges gekämpft hatte. Für eine Weile war er wieder bei der Befreiung von Queneles und folgte Meister Joffre in jenen ersten wahnsinnigen Angriff gegen die Horde der Grünhäute. Dann hielt er die Standarte bei der Belagerung von Trantio. Dann streckte er die Verräter nieder, als sie sich vor dem Fluss Tarano umdrehten, nachdem die Überquerung plötzlich dank des Segens der Herrin unmöglich geworden war. Dann war es Burg Finsterherz und der Anblick der sich erhebenden Toten vor den Reihen des Königs füllte sein altes Herz mit Furcht, genau wie er es vor drei Jahrzehnten getan hatte. Tief in den Iraner Bergen hatte Herzog Corentin Carcasson vor der größten Sklavenhorde gerettet, die man seit Menschengedenken erlebt hatte, obwohl der Herr dieses Herzogtums kaum ein Dankeswort ausgesprochen hatte. Scheinbar über Stunden blitzten und brodelten die Schlachten durch fieberhafte Träume, die meisten miteinander vermischt, andere aus der Menge hervorstechend. Die Schlacht an der Tränenlagune, die Belagerung der ruinierten Festung Worax, der verhängnisvolle Kreuzzug, der die Ebene der Knochen reinigte, dabei aber das Kriegsbanner des Königs verlor. Schlachten gegen jeden Feind, den die Menschen kannten, und manche, von dem die Menschen kein Wissen hatten, kamen zu ihm. Barbarische Grünhäute, grausame Dunkelelfen, die wilden und gotteslästernden Menschen des Nordens, die verderbten Söldnerprinzen von Thilea und die unwichtigen Barone der Grenzkraft schrafften. Allen diesen Gegnern und noch mehr hatte er auf dem Schlachtfeld gegenüber gestanden und welch verdorbene Magie oder gerissene Kriegsliste sie auch eingesetzt hatten, so wusste Corentin doch, dass jeder einzelne von ihnen bluten und deshalb auch sterben konnte. Und die ganze Zeit über war er die gesegnete Präsenz der Herrin des Sees zugegen, gerade außerhalb der Wahrnehmung und wachte über die mutigen Taten, die in ihrem Namen und dem ihres Landes und ihres ganzen Volkes vollbracht wurden. Der Herzog schreckte plötzlich aus dem Schlaf hoch. Die Seidenen lagen feucht und kalt vom Schweiß. Sein Schlafgemach war dunkel, die Kerzen seit langem heruntergebrannt. Doch das schwache Licht des Morgengrauens umrandete die schweren Läden vor den Spitzbogenfenstern. Der Lärm des Krieges hallte immer noch in seinen Ohren wieder, als der Traum verblasste und Corentin sich von seinem Bett erhob und zu den Fenstern hinübertrat. Er öffnete die Fensterläden und blickte auf die Stadt Brion hinaus, sein Herz mit der Vorahnung von etwas entsetzlichem erfüllt. Die Morgensonne stand kaum über dem Horizont, und ihre goldenen Strahlen verwandelten den blassen Sandstein der hoch aufragenden Türme der Stadt in glänzende Nadeln aus leuchtendem Edelmetall. Von seinem Fenster aus blickte der Herzog herunter auf die dicht gedrängten Dächer, die von Dutzenden und Aberdutzenden der unmöglich zierlichen Türme unterbrochen wurden. Das scharfe, konische Dach eines jeden mit langen Wimpeln verziert, die in der morgendlichen, vom großen Ozean hereinwehenden Brise flatterten. Korintins Blick folgte den Türmen, wie sie sich der fernen Stadtmauer näherten, wo ein Seenebel die entferntesten von ihnen in der Morgenluft geisterhaft bleich aussehen ließ. Jenseits der hohen Mauern war die See kaum zu erkennen und der Horizont so gut wie unsichtbar. Der Schatten eines Albtraums tastete nach dem Geist des Herzogs, ein Phantasma der Träume, die ihn die ganze Nacht hindurch heimgesucht hatten. Er hörte einmal mehr das ferne Brüllen eines mächtigen Drachenherrn aus dem Anfang der Zeit und stellte sich seine gekrümmte Gestalt auf der Spitze seiner gesegneten Lanze vor. Das Brüllen wurde lauter und tönte nicht aus den Nebeln der Zeit und des Albtraums, wie er nun bemerkte, sondern aus jenen, die vom großen Ozean herbeikrochen. Ihm stoppte der Atem im Hals und sein Blut gefror ihm in den Adern, als dem Herzog klar wurde, dass der Nebel kein Überbleibsel des nächtlichen Seenebels war, der noch von der Morgensonne verdunstet werden musste. Er war in Wahrheit ein frischer Nebel, dessen Schwaden vom Ozean herangekrochen kamen, sich windend und tastend, wie die Tentakel einer riesigen, aus der See kommenden Krake. Zu den Waffen, brüllte Herzog Korentin vom Fenster seines Schlafgemachs, als er sich nach draußen lehnte. Versammelt den Hofstab, rief er in den Versammlungsplatz unter ihm, als das tiefe Dröhnen eines uralten Schreckens aus dem herankriechenden Nebel schmetterte. Ruf die Miliz! Der Krieg ist gekommen, brüllte er, und sein Blut pulsierte mit einer berauschenden Mischung aus Kampfeslust und Entsetzen. Lasst sie kommen, betete er, als er sich beim Geräusch seiner Bediensteten, die das Schlafgemach betraten, umdrehte. Wer auch immer sie sein mögen, lasst sie kommen und kalten bretonischen Stahl schmecken. Die Elfen von Nagarod, sagte Herzog Korentins Kanzler, als die beiden Männer auf den Mauern von Brion standen und sich die Armee der Stadt auf den Festungswellen versammelt hatte. Der Herzog sah prächtig aus in seiner verzierten Schlachtrüstung, deren jede Platte Silbern poliert und mit goldenem Grals und Schwertlilien Symbolen verziert war. Bedienstete, die nahe beistanden, trugen seinen Helm, seine Lanze und seinen Schild, während ein Stallbursche unten im Hof darum kämpfte, sein mächtiges Rost zu beherrschen. Man musste dem Herzog nicht sagen, wer dieser Feind war oder woher er kam. Er hatte ihnen viele Male gegenübergestanden und kannte ihre grausame Art gut. In der Tat zeugte das feine Netz aus Narben, das in die Haut seines Bauches geritzt war, von den Grausamkeiten, welche die Dunkelelfen, wie man sie nannte, jenen zufügten, die sie in der Schlacht gefangen nahmen. Jene, die Korentin infolge der Schlacht des Tiefen Mondes gefoltert hatten, hatten ihre Sünden teuer bezahlt, als der Herzog den Spieß umgedreht hatte und nach seiner Flucht mit einer rachsüchtigen Armee zurückgekehrt war. Der Feind war von der See gekommen und hatte sich in den herankriechenden Ozean Nebel angepirscht, um die ummauerte Stadt Brion zu zu umzingeln. Die Nebel waren immer noch da und die dunkle Form einer schwarzen Arche erhob sich in der Ferne wie ein Eisberg aus solidem Fels oder eine bergige Insel, die über Nacht von der See aufgeworfen worden war. Aus den gewölbeartigen Docks des riesigen Stadtschiffes hatten hunderte von Schiffen tausende und abertausende Dunkelelfen an die Küste gebracht, wo sich die schwarz gekleideten Krieger zu Regimentern formten und auf den Ebenen um die Stadt ihre Positionen einnahmen. Meilenweit in alle Richtungen war das Land mit den gezackten Gestalten der Dunkelelfen Vasallen bedeckt, deren abscheuliche Banner in der Brise flatterten und deren schrille Hörner plärten. Doch die Reihen der Krieger waren nur ein Teil der Heerschauer und obwohl sie die größte Anzahl ausmachten bei weitem nicht der schrecklichste. Chorsan, deren Krakenhaut Umhänge sie wie Teufel aus der Tiefe aussehen ließen, marschierten neben grimmigen Henkern, ihre Gesichter versteckt und ihre grausamen Gläven bereit, die mutwilligsten Verstümmelungsakte zu vollbringen. Hexenkriegerinnen tollten umher, ihre nackte Haut mit dem Blut ihrer Opfer beschmiert, die sie ihren frevelhaften Göttern geopfert hatten, damit der Sieg ihrer sein mochte. Formationen von Reitern bewegten sich um die Flanken, um jede Hoffnung zunichte zu machen, dass die Stadt vielleicht einen Boten hinaus kriegen könnte. Manche von ihnen ritten auf nachtschwarzen Rössern, andere auf den kaltblütigen Kampfechsen, deren abscheulicher Gestank vom Wind über Meilen hinweg getragen wurde. Und dennoch waren es noch nicht einmal diese entsetzlichen Gegner, zu denen der Herzog blickte, als er sich die Armee anschaute, die aus dem Land der Kälte gereist war, um seine schöne Stadt zu belagern. Vielmehr waren es die mächtigen Bestien, die sich über die Reihen erhoben, die seinen Blick auf sich zogen und sein altes Kriegerherz mit Ehrfurcht erfüllten. Nie zuvor hatte Herzog Korentin solch eine Anzahl oder Vielzahl an Abscheulichkeiten gesehen, nicht einmal im Kampf gegen die verdorbenen Horden der Nordländer. Kriegshüteren stampften und schnaubten, als mutige Bändiger sich bemühten, die bezahnten Mäuler der vielköpfigen Bestien davon abzuhalten, nahestehende Krieger oder sie selbst anzugreifen. Eine konstante schwarze Rauchwolke brodelte von den Biestern in die Höhe, jeder ihrer Köpfe stieß enorme Flammenmeere aus, während sich ihre Nacken hin und her drehten. Die Haut der Bestien war so grau wie Stein und der Herzog wusste aus bitterer Erfahrung, dass sie ebenso hart und kalt war. Er überblickte die Horde grimmig und versuchte zu schätzen, wie viele dieser Bestien die Dunkelelfen gegen seine Stadt in die Schlacht ertrieben. Bei drei Dutzend kam er durcheinander, da die Reihen der Bestien durch Neuankömmlinge anschwollen, bevor er sie zählen konnte.